Dass die Dinge auf eine Weise, auf einen Punkt sind und es so nicht drum rum geht, das hat mich total angesprochen. Und dann bin ich hierher gekommen und habe dieses Seminar gemacht und dann war das so ein richtiger Boost in diese Körperlichkeit. Und das war so eindrücklich und so lebendig und so erlebt am eigenen Körper, dass es so plastisch danach war und so greifbar, dass es überhaupt gar kein Problem war, damit dann in den Alltag zu gehen oder damit zu Hause einfach nur weiterlaufen zu lassen letztendlich. Das, was mich ja auch so sehr angesprochen hat und nach wie vor tut, ist, dass es eben, ach das ist auch so schwer, dass es der Körper ist und dass ich hier halt mit meinem Körper bin und dass ich diese Erfahrung wirklich über den Körper mache. Also es ist nichts, worüber wir sprechen, sondern es wird zu einer körperlichen Erfahrung. Dieses Tool, in schwierigen Momenten das, was auf einen zukommt, einzuatmen, hat für mich, bedeutet für mich, mit mir weiterhin in Kontakt zu sein und die Verbindung zu mir nicht zu verlieren. Und das ist schon, das ist sowas Kleines, Feines, aber es verändert alles. Ja, also hier in einem Seminar habe ich erlebt, dass, und so fühlt es sich auch schon immer für mich an, dass Spiritualität und Körper zusammen sein müssen. Mich hat immer gestört, dass es sich so, dass es sich so im Geistigen abgespielt hat. Also ich habe es so kennengelernt, dass sich Spiritualität im Geistigen abspielt und war da auch unten wahrscheinlich immer wie hin und her gerissen und im Zwiespalt, dass ich gemerkt habe, dass das, dass das wie auch was abschneidet oder dass ich mich dafür verleugnen muss, um da hinzukommen, um in dieses Geistige oder, ja, was ich da auch erkenne oder nachvollziehen oder fühlen kann, das zu erreichen. Und ja, und jetzt in dieser Arbeit, da war das wie so eine starke Erinnerung daran, dass das einfach zusammengehört und nicht anders sein kann. Und das hat einfach mein Gefühl so unwahrscheinlich bestätigt oder bestärkt. Ja, und es war jetzt einfach auch wieder sehr deutlich erlebbar, dass es zusammengehört und es ist so für mich unwahrscheinlich schön, auf diese Weise zu arbeiten. Ja.